Guten Tag, ich heiße Sarah Rizell. Hallo, ich heiße auch Sarah, Sarah Leonard. Moin Moin, ich heiße Lia Schreiber. Wir freuen uns auf den Sport. Sie auch? Jetzt können wir beginnen. Music bitte! Erst einmal aufwarmen. Strecken Sie den rechten Arm nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt den linken Arm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Yes, die Beine, schauen Sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt nehmen Sie das andere Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Strecken Sie Ihren rechten Arm über den Kopf. Dann über den Kopf. Nach einmal, nach zweimal. Einmal, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Jetzt der linke Arm. Über den Kopf und über den Kurve. Und eins und zwei, eins und zwei, eins und zwei, eins und zwei. Ja! Jetzt zusammen. Erst rechts und dann links. Seid vor ein neuer Umgang. Es ist veris. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Ja! Sehen Sie hier. Rechts, links. Rechts, links. Das war gut. Jetzt einige Ideen vor einem gesunden Körper. Hallo! Trinken Sie viel Wasser. Slafen Sie viel. Sie wollen nicht kleine Augen haben. Trinken Sie nicht zu viel Café. Das ist alles. Das war es dann. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!